Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Hier haben wir unser Ocean Bay MX580 ganz neu auf dem Markt mit unterschiedlichen Möglichkeiten Sonnenliege oder aber Bank vorne drin so dass man also auch verschiedene Möglichkeiten hat Wir haben große Maschinenauswahl, Motor ab 60 PS, 80, 90 bis 115 PS hoch so dass man auch Spaß haben kann Man kann Tubes hinterherziehen, man kann Wasserski hinterherziehen Viele Taucher benutzen das, weil sie ein großes Deck innen haben wo sie ihre Tauchflaschen reinstellen können wo sie gut über Bord gehen können hinten ist eine Badeleiter dran, wo man wieder einsteigen kann Dann ist das Boot wunderbar zum Trailern Wir verkaufen es komplett im Set Boot, Motor, Trailer für knappe 20.000 Euro Wurde Ihnen präsentiert von Die Joyeux Mein Pool Wurde Ihnen präsentiert von